Ja, meine lieben Freunde, ihr wisst ganz genau, wie ernst ich immer bei den Videos bin. Heute habe ich gar keinen Bock, gar keinen Bock, ernst zu sein, aber das Video, was mir zugeschickt wurde, bringt mich dazu, aggressiv zu werden. Meine lieben Friends, der Trend, dass Jugendliche in Supermärkte reingehen, dort essen oder dort Trinken aufmachen und daraus trinken, ohne zu bezahlen, ist ein richtiger Trend geworden. Ein richtiger Trend. Ich saß so auf Facebook, so auf der Startseite, kam gleich so ein Video. Ich guck's mir an, sehe, wo zwei Jugendliche, zwei Jugendliche, die Getränke nacheinander aufmachen im Supermarkt, daraus trinken, sie wieder zumachen und ins Regal reintun. Dieses Video hat über 15.000 Likes und die Leute feiern das. Die Leute feiern das. Wisst ihr, ich finde diese Jugendlichen, die das machen, machen schon etwas falsch, aber diese 15.000, die das Video nochmal extra liken, machen das Doppelte an Fehler. Denn sie motivieren die Jugendlichen. Die Jugendlichen sitzen zu Hause und sagen, Bruder, ich habe 15.000 Likes auf das Video. Machen wir nächste Lidl oder Rewe, trinken wir Red Bull und machen wieder zurück. Bitte, lasst uns doch gemeinsam Sachen bewerten, die es verdienen. Wenn ich mir Dokumentationen ansehe, wo ich daraus lerne, dann kann ich ein Like geben. Wenn ich Georg Zivi gönne, dann gebe ihm ein Like. Aber wenn ich mir Jugendliche ansehe, die in Supermärkte reingehen, trinken und das wieder zurück tun und nicht bezahlen, die machen sich dabei strafbar. Und warum macht man das? Wo ist der Respekt? Es ist traurig. Es ist wirklich, wirklich traurig. Ich habe noch vor zwei, drei Tagen ein ähnliches Video hochgeladen, wo Jugendliche reingegangen sind, wo sie einen Apfel reingebissen haben und die wieder zurückgetan haben. Jetzt ist es Getränke. Was ist als nächster Mann? Beißt du deinen Kuchen rein oder was? Mich würde es extrem freuen, wenn ihr solche Videos hyped, wenn ihr solche Videos tot liked, da habe ich kein Problem. Da reden wir Real Talk, man. Da reden wir wirklich sachlich und haben kein Blatt vor dem Mund. Da sagen wir nicht Ja, Mann, Ja, Mann und liken, sondern wir schwimmen gegen die Welle, Mann. So ist es. Bewertet das Video mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Wir stehen vor den 5000 Abonnenten. Jungs, 60 Leute, Mann, und dann haben wir die 5000 Abonnenten alle. Meine Friends, danke fürs Zusehen. Abonniert den Kanal und Peace out. Tschüss. Abonniert den Kanal.